So, was haben wir da schon wieder für einen Schwachsinn? 13 Millionen Likes. Ah, das ist auch hier diese Serena Gomez? Mario Gomez? Mario Gomez. Hammerfrau übrigens. Die Mario macht hier so auf diesen Smash-Protator. Ich hab das noch nie probiert. Ich glaube, ich muss jetzt wissen, ob das geil ist. Ich mach das jetzt. Gekochte Drillinge. Sind's sogar noch feucht. Temper, Babe. Ich sage dir. Birgit, kannst du bitte einmal die Presse halten? Oh, ja. Ein bisschen Laugenstangensalz? Tomatenmark fast niemand. Ab in den Verteiler. Siamesische Champignons? Da scheiden sich die Geister, ich sag mal so. In dünne Scheiben schneiden. Dann zwiebel ich mir richtig einen rein hier. Beim Belegen des Smash-Kartoffelturms ist eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Was würdest du denn drauflegen? Schreib's mir in die Kommentare. Das würde ich sagen, wenn es mich in Scheiß interessieren würde, was du dir da draufballerst. Das ist mir so Rille, Digga. Ordentlich geriebener Fotorella. Großzügige Origanspende. Es erfolgt wie immer das offensichtliche. Oh, was ist denn die Sine-Sine-Pizza-Kartoska? Richtige Jenga-Boys. Die sind gut. Ist es nicht sogar glutenfrei? Blutenfrei? Blumanda. I'm Hungry ist übrigens französisch und bedeutet auf Schwedisch so viel wie Ich bin aus Ungarn. Tolles Schwachsinn ist das doch.